Prada Luna Rossa Carbon. Der kam 2017 raus und ist im Gegensatz zu vielen anderen Prada-Düften gar nicht mal so pudrig, sondern eher frisch-würzig. Mit einer, wie ich finde, sogar leicht metallischen Note, die gar nicht so unähnlich mit Pegasus von Parfum de Mali ist. Da steh ich einfach mal komplett drauf. Ein Sommerduft, der sollte wirklich nicht zu süß sein, auch nicht zu schwer und hier haben wir nach meiner Einschätzung genau das Richtige. Nämlich einen schönen Zitrus-Kräuter-Mix, der dich auch an brutal heißen Tagen nicht im Stich lassen dürfte. Der Duft hat sogar, wie ich finde, irgendwie eine leicht kühlende Wirkung. Das ist natürlich subjektiv, zeigt aber, dass Carbon für die warme Jahreszeit geradezu prädestiniert ist. Silage und Haltbarkeit sind übrigens überdurchschnittlich. Nr. 2 ist Kenzo Power. Hier sind wir ganz klar mehr auf einer Blumenwiese zu Hause als in einer Metallverarbeitung. Und das Schöne daran ist, dass dies den Duft dennoch nicht zu weibisch wirken lässt. Theoretisch geht er zwar als Unisex durch, ja, das mag schon sein, aber trotzdem kommen die leicht herben, holzigen Akkorde der Basisnote wunderbar durch. Und in der Kombination, nämlich Zitrische Noten, Blumige sowie die, wie gesagt, auf keinen Fall untergehenden Harzigen, hat Kenzo Power eine richtige Einzigartigkeit zu bieten. Wenn Du den trägst, hat der, wie ich finde, eher eine Art harmonisierende und entspannende Wirkung als eine aufputschende. Und gerade an Sommertagen, wo sich Stress oft doppelt so stark anfühlt, ist das sicherlich vorteilhaft. Kandidat Nr. 3 ist Montblanc Legend oder Parfüm. Der kam erst 2020 raus, wird hier und da mit Fiers verglichen, hat aber auch wirklich eine Ähnlichkeit mit Emblem Intens, ebenfalls von Montblanc. Wo nämlich, wie hier auch und was ein Markenzeichen des Herstellers ist, immer eine schön markant ledrige Note mitschwingt, was ich persönlich extrem liebe. Legend ist, und das ist ein dicker Pluspunkt, immer tragbar, ein sogenannter Immergeher also. Er überfordert niemanden, er verzichtet auf die langsam, aber sicher nervenden Orientnoten und Du wirst sehr wahrscheinlich Komplimente bekommen. Die Wirkung auf Dich, also auf den Träger, die würde ich als Selbstvertrauen und Dominanz einflößend bezeichnen, eigentlich wirklich ein Alpha-Duft für die wärmere Jahreszeit. Und was Preis-Leistung anbelangt, ist der kaum zu toppen. Alle Links sind unten in der Beschreibung, wie auch meine handgewählte Selektion auf meiner Webseite, die Du Dir ansehen solltest. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.